Hallo und herzlich willkommen zum ersten SUSO-Talk. Das ist der neue Podcast unserer Schule mit Themen rund um SUSO. Das hier ist die erste Folge, in der wir euch einfach mal erzählen, wie unser Podcast abläuft. Am Ende jedes Monats planen wir, einen Podcast hochzuladen. Dieser soll nicht länger als 20 Minuten werden und in diesem sprechen wir pro Podcast über ein großes Thema, über das ihr selbst entscheiden könnt. Eure Themenvorschläge könnt ihr in die Story bis in die erste Woche des neuen Monats schreiben. Die Story findet ihr sowohl auf dem Instagram-Account des SUSOs und auf der des SUSO-Talks. Falls ihr die Story verpasst, ist das auch nicht schlimm. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt, dann könnt ihr sie auch als die End schicken. Im SUSO-Talk soll es jedoch nicht nur um ein großes Thema gehen. Wir wollen mehrere Themen ansprechen, darunter kurze Announcements, Nachrichten, die euch betreffen, Projekte der anderen Ausschüsse der SMV und Umfragen in der Schülerschaft. Macht fleißig Werbung in der Schule, schlagt Themen vor und freut euch auf den nächsten Podcast. Vielen Dank.